Ich weiß nicht, welche Strecken? Österreich, vielleicht Monza, Wasserballjahn, Ungarn und dann Trümmerbruch. Boah, war es ein ekliger Cup. Weiß ich nicht, ich glaube Max will eher Leute einladen, mit denen er nicht so viel zu tun hat oder so, weißt du. Aber es gibt bestimmt noch gute Gäste, die einladen. Ein bisschen leise kann es sein, ich mache es nach dem Fall ein bisschen lauter. Irgendwie dieses Windows Update hat alles, aber ich muss die Kurven super normal fahren, ich darf nicht abkürzen. 4-8, 4-7, okay. Ey, so viele Leute werden sowieso keine Zeit haben, weil die abgekürzt haben. Ich fahre in den vorsichtigen Hasen. P11 nur. Ey, Niklas, 1 LP auf der 1, ich sehe es. Oh, bin ich wieder sauer, ne? P10? P10, Chat, merke ich nicht. Ja, GGs. Hä, wer fährt denn da schon los? Ja, kann ich jetzt nicht fixen, aber es ist mies. Ich kann höchstens Camp kurz ausmachen, fixen dauerlänger. Camp aus ist das Einzige, was mich anbieten kann. P9 nehme ich. Passt, okay, okay. Kein Schaden ist ein Meter. Kein Schaden jetzt haben ist ein Meter. Da setze ich die erste zurück. Da kriege ich immer kurz, da bin ich kurz vor, da bin ich echt kurz vor. Äh, herzfuck. Ist so schlecht. Passt. Digga, Aka, wo fährst du? Das war übelknapp, Julien. Das war übertrieben knapp, bro. Das war übertrieben knapp. Da, äh, die ideale Zufahrt ist Geisteskrank. Wenn ich in war. Also ich hab, ich hab mich selbst eigentlich, äh, ich hab Julien und mich eigentlich selbst gesehen. Okay, P9, Punkte. 2 ist fair, gerade ist fair. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ah, ich fahr richtig, äh, ich fahr zu vorsichtig, ne? Ich hab, ich bin nicht schnell. Wäre dein Fehler gewesen? Welcher? Ich kann mich nicht erinnern, was ich gefragt hab. Mit dieser Fehlerpolitik, äh, Frau Wär, ist sowieso, ist es immer mein Fehler. Ich bin der Streamer. Es ist auch außer Frage, egal was passiert. Es ist mein Fehler. Es ist auch logisch. Ich benutze eher erst, ich will noch aufsparen. Ich komm eh, ich glaub, ich komm eh nicht ran. Ich brauch's eher zum Flüchten. Ey, wenn vorne noch jemand einen Unfall baut oder einen Fehler macht, das wär so strong. Das wär ehrlich strong. Ah, geile Verwarnung bekommen. Dirk. Nämlich. Ich hab'n grün-lila Sektor. What? Sektor 1 ist lila. Wie das? Ja, der allerbeste. Nehm' ich's. Es hat mich richtig mad. Also was Kameras angeht, bin ich so schlecht. Ey, Ackmar, das ist wirklich, das ist jetzt, ja, 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 oh mein Gott, oh mein Gott. Das war die Lücke meines Lebens. Okay. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Best Case. Besser geht's nicht. Besser kannst du da nicht durchfahren. Besser, das war huge. Das war ehrlich huge. Besser kannst du durch die Lücke nicht durchfahren. Verwarnung, nimm ich mit. Verwarnung, nimm ich mit. Ey, ich bin so schlecht geworden. Ich verliere fast in jeder Kurve die Kontrolle über den Wagen. Das ist krass. Let's go. Fall besser, ich wünschte. Ich wünschte. Aber es geht. P9. Ey, ich glaube, ganz ehrlich, nehm ich. Ich glaube, besser wird sich. Er ist, ich glaube, es geht nur noch nach hinten, Chat. Ich glaube, Flagge ist huge für mich. Ey, gelb, Flagge meint ich. Ah, ne, klasse, ich hab's gesehen. Ah ja, schau, ich hab's gesehen. Oh, Chrissy. Oh, okay. Ey, korrekt von, äh, fürs Zurücksetzen. Ich wäre fast in einen von euch Psychopathen reingefahren übrigens. Digger. Ich sag doch nicht ohne Grund, bitte setzt euch nicht zurück. Warum checkt? Ey, vor allem ihr. Ihr fahrt so oft mit. Ihr checkt. Ihr müsst es doch checken oder nicht? Wie kann man das nicht verstehen? Gerade ihr. P6 ist, also P6 ist unfassbar. Ey, dafür musst du auch wirklich Talent haben. Dafür musst du auch wirklich Talent haben, ne? Dafür muss, also, in den unbedeutsamsten, oh mein Gott, in den unnötigsten Kurven, also, ey, ich bin wirklich mad, ich bin wirklich mad. Also, Chat, ich call's jetzt schon mal. Es wird ein Wunder sein, wenn ich alle fünf Strecken fahre. Ich hab keinen, also. Oh, wie geht es in den unnötigsten Kurven, die Kontrolle über das Auto zu verlieren? Ich versteh's wirklich nicht. Das war's. Das war's. Das war's schon wieder. Kann ich da, ey, ich kann direkt, ihr könnt chatten, ihr könnt schreiben. Ich kann, ich kann, ich kann mit euch kommunizieren. P17? Natürlich, man soll nicht aufgeben, aber das war's. Das war's. GG. Ey, ich fahr' auch wirklich schlimm. Ich fahr' schlimm. Skill issue. Tatsache. Alex, danke für 800. Ich hab' immer so ein bisschen gedacht, dass ich Fahrrad fahren kann, aber nicht großartig verlernen, aber anscheinend schon. Anscheinend schon. Mach gleich Watchparty draus. Ich sag dir ganz ehrlich, das wäre, stand jetzt das Schloss, was ich machen könnte. Aber ich fahr' durch. Ne, ich mach' Watchparty, du hast recht. Watchparty macht viel mehr Sinn. Heute neue Aston, äh... Was ist heute neue Aston vorgestellt worden? Wie sieht der aus? Schlechter Start. Ehrlich, schlechter Start. Wow. Digga. Ja, da macht man halt gar nichts. Oh, da macht man... Da machst du gar nichts. Da machst du nichts. Wenn einer hinten in dich reinfährt, dann ist es einfach Feierabend. Bro, was... Was fahren hier für Leute? Wie mental gehen hier manche Leute? Ja, da machst du wirklich nichts. Ich kann das nicht machen. Du Walking Dead, ich schwör's euch. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Baku ist wirklich frei für alle, ne? Mit Last Man Standing. Baku's Strat ist einfach nur... Fahr dir ja nicht den Reifen ab. Flügel, okay. 5 kmh, okay. Aber fahr dir ja nicht den Reifen ab. Das ist die Baku's Strat. Das ist ja crazy. Das ist ja crazy. Ich hab Angst um mich. Was passiert hier? Ey, das ist jetzt noch ein vollfunktionales Auto. Bro, was passiert hier? Am Ende fahren halt wirklich nur noch 7 oder so, ne? Ich hab's... Bro, ich bin P9. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Ja, Aqua, soll ich machen? Ah, du hast... Ah, ne, du hast genauso viel geschlagen wie ich. Genau denselben. Okay, hier Konzentration. Wie gut durchkommt. Schön. Auch ein bisschen früher bremsen als Ideallinie. Für Sicherheit. Und jetzt raus. Und jetzt raus zu schuldigen. Schön durchkommen. Super sein, Chef. Super sein. Easy. 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 Läuft gut. Läuft ehrlich nicht schlecht. Können natürlich geiler laufen wegen dem Flügel, aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. P8 nehme ich. Und ES spare ich auf. Ich glaube, ich spare ES. Verliere ich nicht sowieso ES? Ja, verliere ich. Okay. Ab jetzt nur noch... Jetzt mein größter Feind. Ab jetzt, in diesem Moment, bin nur noch ich selber. Ich will nur nicht ins CRS-Fanzer kommen. Das wäre auch echt cool. Passt. Passt. Die kommen ran, oder? Ich fahre doch gar nicht, was du... Kraschase, Kraschase. Passt auch. Passt auch. Ohne 356, das ist vielleicht vor der Zone, ne? Ja. Warum Spanisch? Ich finde es auf Spanisch viel witziger. Ich muss auch Valorant noch auf Türkisch stellen. Ich meine... Ey, ich hasse ihn. Schon wieder so eine Kurve. Schon wieder so eine belanglose Kurve, Chad. Wie kannst du bei so einer Kurve hängenbleiben? Wie geht es? Bitte mach. Ich muss, Viktoria. Ich muss. Ich muss ehrlich. Beide Dingslangen für 5 Monate auch. Marvin, habe ich schon mit dem... Marvin, frische Prime? Hä? Danke für den frischen Prime. Aber warst du nicht, ich hab's ab? Dann musst du aber auch... Half-Star noch chinesisch oder koreanisch schnell noch gar keinen Fall. Dreiecke Sekunden ist strong. Der ist schlecht gefahren. Okay. Okay. Nämlich. Gut. Gut, 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 gut. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Nämlich auch 4,3 Sekunden, passt. 13% ERS. Gut, letzte Runde. Okay, noch einmal, noch einmal. Er labert zu voll. Er labert zu viel. 4 Sekunden. Warum nur 4? Wo war er schneller? Hat Atios sein ganzes ERS benutzt oder was? Wo hat der das aufgeholt auf der Geraden? Bolidenleistung ist gleich, der hat kein ERS mehr. Hey, jetzt, ja, kein Fehler. Ja, kein Fehler. Aber meine Reifen fühlen sich so schwammig an. Schön, 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 habe ich safe besser genommen als er. Oder auch nicht. Egal, mein Rennen. Guckst du auf mich. Auf einmal hier, easy. Schön. Schön. Bin nicht so schön. Egal, ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Das ist das Wichtigste. Und ich fahre nach Hause. Schön. Schön. Sehr schön. Kass nach Hause. Ja, ich habe es nicht fehlt. Oh mein Gott, Chet, endlich. Oh mein Gott. Alter, das war frei für alle. Erste Runde wurde ich gedreht. Ich habe schon abgeschlossen wieder gefühlt. Und danach, was ist passiert, Alter? GG's. Ich habe so schwitzige Hände jetzt. Baku, einfach meine Heimat. B17. Ja, nehme ich, Chet, nehme ich. Ey, ist zu geil. Jetzt, aber jetzt, aber jetzt, ich glaube, jetzt würde ich nicht glauben hier. Es wird richtig, es wird richtig, es wird richtig, es wird richtig. Es hätte wieder so geil werden können, ne? Es hätte wieder so geil werden können. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich habe die Lücke gesehen. Ich habe gesehen, ich bin 13. oder so. Oder irgendwie 11. Das hätte so wicked werden können. Natürlich nicht. Ey, Mann. 19. Ich verliere sogar noch die Position. Also, aber Top 10 glaube ich. Ey, es ist respektlos. Es ist respektlos. Ich sehe es. Ich sehe es. Und ich sehe es auch selber ein. Okay, ab jetzt, Chet, Reset. Und vor allem auch mentale Reset. Einfach Reset. Ich habe euch die Geschichte erzählt, oder? Dass, äh, im Urlaub auf dem Malediven, auf derselben Insel, ähm, wo wir waren. Dass ich, dass ich, Dinger, dass ich Nico Rosberg da gesehen habe. Wenn der das gesehen würde. Bro. Ich glaube, ich schreibe immer auf Insta, glaube ich, ob er mich coachen kann. So, mein Fehler. Oh, sorry. Cap. No cap. No cap. Fuck Isa. Fuck jetzt Isa. No cap. Ich habe Nico Rosberg gesehen. Ich schwöre, er wollte es aber auch so krass wissen, ne? Er wollte es aber auch wieder so krass wissen. Er wollte, er wollte wieder mal richtig den Coolen machen. Er wollte mal wieder richtig den Coolen machen. Geil, Alter. Er ist, äh, gleich, gerade 12. Also, ich weiß, warum ich Formel 1 nicht mehr starte. Ich weiß es. Es ist so krass. So, natürlich. Ich war auch mal viel besser. Keine Frage. Also, um einiges. Aber, ey. Egal, ist noch alles drin, oder? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, noch 20 Leute rausfahren? Schon hoch. Ah, 19. So, Top 10 kann ich noch kommen, Chat. Top 10 kann ich noch kommen. Dann, Reaktionszeit, eh, da war auch eine 80er. Ja, Bro, heute ist nicht mehr Tag. Meine Augen tun weh. Kopfschmerzen, Arzt, Mann. Nico Rosberg, der Louis Teibelt im gleichen Auto geschlagen hat. Genau den. Oh, ich fahre schon selber. Äh, P20-Chat. Das ist wieder kein einziger DNF. Ich bin letzter in meiner eigenen Lobby. Niemand ist rausgeflogen. Niemand. Alle fahren noch. Alle haben Spaß. Und ich bin das Ende. Ich bin dafür da, dass diese Lobby hier entstehen konnte. Das bin ich. 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 Es ist wirklich Respektlos, Chat. Ich bin gerade wirklich entsetzt über mich. Und das Ding ist, das nächste Rennen ist ja Monaco. Da wird es nicht besser für mich aussehen. Da wird es. Und das Ding ist, wenn ich heute noch in Half-Zone reinfahre, da wird es auch nicht besser aussehen. Ich glaube, ich muss wirklich heute, um zu gewinnen, muss ich in Velo gehen. Cuiado. Bo ja, Mitleid. Hat ich das auch. Monaco absurde Bruch. Und Monaco kann nicht passieren. Ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, Monaco wird Flores. Und ich will, dass jeder hier in der Lobby fährt. Ich will niemanden sehen, der disqualifiziert hat, weil es sich denkt, ja, ich mache wieder die Taktik, ich lasse vorne alle crashen. Jeder fährt normal, ich habe keinen Bock mehr auf diese Taktiken. Ich kenne doch die Leute, die gut sind in meiner Lobby, die dann auf einmal P19 sind. Oh ja, Qualifying, erste Kurve habe ich nicht kommen sehen. Welche Strecke ist das? Das ist Ungarn. Übertrieben geile Strecke. Äh, Gumo Aqua? Das ist mir besser. P16? Hier ist doch alles drin, Chat. Hier ist doch alles drin. Ich habe doch keine Strafe, oder? Äh, erfuhren wir auch nicht. Ich glaube, es ist doch alles drin. Letzte Runde. Na, alles drin. Chat, wenn jetzt noch sechs Leute disqualifiziert haben, dann bin ich in den Punkt. Easy Clap, falls Wette offenbar, ist erfüllt worden. Unter von meiner Strecke. Julian ist schon über die Ziellinie gefahren. Das ist interessant. Ja, mit der Leistung kann man heute nicht zufrieden sein. Mit der Leistung kann man heute nicht zufrieden sein. Das ist interessant. Nein, wirklich. Du bist Nachden. Das war die Ziellinie gefahren. ich war es wirklich also das war es wieder mal nicht es war mal wieder der schuss im ofen ehrlich das war wieder der schuss in den ofen 13 also ich bin ich bin trotzdem noch besser als meine startposition das mich noch kurz festhalten okay dann wäre es ehrlich aber man fährt leider erst so spät auch in monaco sein eigenes rennen so spät ist so viel von anderen abhängig ist ja ich muss die position nehmen auch wenn der warrior wirklich ganz also der ist ganz übel bevor schon so ein bisschen beobachtet jungs jungs mann jungs 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 mann es ist so es ist wieder frei für alle es ist so weit was für einen schaden habe ich ich habe einen scheiß schaden ich glaube ich gehe in die box eigentlich mit dem neuen formel 1 muss man nicht so dringend aber ich glaube ich gehe tatsächlich in die box ich will auch keine strafe haben ich glaube ich gehe in die box fahr ich mit dem flügel weiter ich kann eine runde treuen ist man eine ich glaube es geht ich glaube es geht es geht ich guck mal ich guck mal ich guck mal ich guck mal manche haben sich geschrieben dass es box sich nicht lohnt ja ich finde wenn man gut fahren kann ja aber dadurch das schon eigentlich auf die volle funktionalität von dem auto angewiesen bin bro wenn ich schon lieber kompletten flügel weißt du und fabrik 9 ist ja immer übel bock wieder auf was richtig also glücksspiel ist so müll aber so eine case zu öffnen von damals 2014 in csgo und dann stand da einfach so fabrikneu und dann kam noch stat track dazu es war so sick ich kann es gar ich weiß gar nicht die kiste war da noch viel günstiger viel günstiger so diese blaue diese blaue kiste die war nice das war so krass da gab es ja auch dieses diese seiten nicht wo du damit noch gemmeln kannst du hast einfach einen coolen skin gehabt dann und warst du okay nice hat sogar stat track rs permitido operation vanguard case ja von denen hatte ich so viele oder breakouts mit dem butterfly ich bin wirklich nicht ich muss mir danach glaube ich einen Kaffee machen ich packe es nicht ich weiß nicht wenn ich jetzt mal so die Kurve ist auch finde ich übel schwer obwohl ich so langsam ist man muss nichts machen auch so voll einlenken ich kann es nicht beschreiben warum ich da so Probleme habe es flasht mich halt auch wirklich hier zu Hause wenn ich da aus dem Tunnel komme es flasht mich bis hier ich muss den Winkel hitten ja es ist echt so ok, let's go vorletzte Runde, Bekonstellation, Weinrennen Sebastian Vettel, ja, der Allerechte Digga, das ist wirklich ich weiß nicht, es gibt so viele Sportarten so wo jemand richtig nice ist die man gar nicht auf dem Schirm hat die will ich jetzt nicht aushassen aber so Leute wie Michael Schumacher und Sebastian Vettel die sind so huge irgendwie auch für mich und natürlich auch Nico Rosberg, ganz klar und ich kann ihn auch verstehen, dass er gesagt hat ok, ich werde jetzt einmal Weltmeister durchfahre und nicht mehr man, ich konnte es ja gar nicht nachvollziehen ich muss voll nachvollziehen, krass einmal gewonnen, was willst du mehr boah, wo kommt denn Fabian her hm, ok, nur eine Verwarnung nehme ich boah, wo kommt denn der Fabian her hä ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht, der hackt boah, woher kommt der hä Chats ich gebe voll Gas wo kommt der Fabian her ist er for real ich hätte doch irgendwie 5 Sekunden Vorsprung hä der hat einen voll funktionalen Flügel ja, Defcon hinter mir auch ja, perfekt aber der fährt auch einfach viel besser shit, der hat mich wirklich noch geholt in der letzten Runde der null ich sag mir nicht, der ist in der letzten Runde im Red Bull da jetzt rausgeflogen GG's Defcon und ich gehen Hand in Hand nochmal als Partner durch P8-Chat GG P8 wer ist dieser Niklas, hat der das Spiel studiert oder wie Niklas, hör die Nachricht Niklas, hörst du die Nachricht du bist verdächtig gut verdächtig gut nicht, dass du gut bist, sondern verdächtig gut was machst du hier Wirieniaufen uzu von Moritz Berdick or uzu von Moritz iffer Kirch wings wir auch ,ott Herr in